Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem wir uns heute das Multipack aus der UEFA Champions League 2021-22 Sticker-Kollektion von Topps anschauen wollen. Damit begrüße ich euch zu diesem neuen Collectors Video mit dem Multipack aus der aktuellen UEFA Champions League Sticker-Kollektion von Topps. Das enthält, wie ihr hier rechts oben sehen könnt, 5 Sticker-Päckchen mit jeweils 10 Stickern und dazu gibt es 2 limitierte Sticker-Karten und das alles bekommt ihr zum Preis von 4,99 Euro, was praktisch dem entspricht, was ihr auch ausgeben müsstet, wenn ihr euch 5 Sticker-Päckchen einzeln holt. In diesem Multipack bekommt ihr dann einfach die 2 Sticker-Karten gratis noch on top. Bevor wir das Ganze rausholen, werfen wir schnell einen Blick auf die Rückseite, damit ihr die einmal vollständig gesehen habt. Auch hier nochmal erwähnt, 50 Sticker aus dieser Kollektion, dazu 2 der limitierten Sticker-Karten, die wir hier auch schon abgebildet sehen. Und nachdem wir das nun alles gesehen haben, wollen wir unsere Sticker-Tüten mal aus dieser Verpackung rausholen. Die sich noch ein bisschen wehrt, aber die kriegen wir schon auf. So, und da haben wir zum einen unsere 5 Sticker-Tüten mit den jeweils 10 Stickern und so ein kleines extra-Päckchen, also nicht eine extra Sticker-Tüte, wie sie auf der Verpackung abgebildet ist, sondern so ein kleines Plastik-Pack. Und einen der beiden Spieler haben wir schon gesehen. Mit Trent Alexander-Arnold aus Liverpool. Und die andere Sticker-Karte ist Leon Goretzka von den Bayern. Das also unsere beiden limitierten Sticker-Karten mit den Nummern 5 und 6. So, bleiben noch unsere 5 Sticker-Tüten, die wollen wir natürlich auch noch aufreißen. Und wer ein paar Videos zu dieser Kollektion schon gesehen hat, weiß, wir haben immer einen großen Sticker im Päckchen. Das ist in dem Fall der Rising Star-Sticker von Ronald Arroyo von Barcelona. Und die anderen neun sind dann kleine Sticker, von denen einer immer noch ein Glanz- bzw. Glitzer-Sticker ist. Und das ist hier der Captain-Sticker von Sergio Busquets von Barcelona. Den legen wir uns einfach auch mal extra. Und unsere restlichen Spieler-Sticker sind dann Raphael Leao, Sadio Mane, Resus Corona und Kudo von Pesiktas, Frenkie de Jong, Jude Bellingham und haben einen Teil eines Stadions. Hakimi ist dann noch dabei und das war unser erstes Sticker-Päckchen. Weiter geht's direkt mit dem zweiten und erneut ein Rising Star-Sticker. Diesmal haben wir Kirsten Julien vom erstmaligen Teilnehmer FC Sheriff. Unser Glanz-Sticker ist diesmal ein Wappen, das von Malmö. Und unsere restlichen Sticker sind dann Adrian Rabiot von Juventus. Ein historisches Finalplakat vom Finale 2015 in Berlin. Das Stadion von Villarreal. Lama ist von Brügge. Diego Carlos, Roussillon aus Wolfsburg. Konoplyanka. Kerstakoff von Zenith. Und schon sind wir beim nächsten Sticker-Tütchen angekommen. Das zur Abwechslung diesmal ein Hotshot-Sticker enthält mit Larine von Besiktas. Dann haben wir wieder einen Captain-Sticker mit Christiansen von Malmö. Die rechte Seite des Stadions von Atletico. Jadon Ascensio. Ikone. Rechte Seite Stadion Benfica. Dann haben wir Militao. Ein historisches Finalplakat vom Finale 94 in Athen. Dann noch ein Stadion-Sticker. Ein weiteres historisches Finalplakat vom Finale 2000 in Paris. Und schon sind wir beim vorletzten Sticker-Tütchen angekommen. Und auch in dem finden wir ein Rising Star-Sticker. Diesmal ist es Timmy Sivea aus Lille. Dann haben wir das Wappen von Dynamo Kiew. Und dann haben wir das Wappen von Dynamo Kiew. Paolo Dybala von der Juve. Ruben Dias. Brosson aus Malmö. Werbic. Fernando. Yusuf Pausen von Leipzig. Marlon. Und Anathasiades vom FC-Sheriff. So, und dann kommen wir zu unserem letzten der fünf Sticker-Tütchen. Und dem finden wir zur Abwechslung dann nochmal einen der Hotshot-Sticker. Und das ist Hans Vanacken vom Klub Brügel. Ein weiterer Captains-Sticker mit Sidorchuk von Dynamo Kiew. Und dann haben wir noch Pasalic, Donny van de Beek. Jonathan David aus Lille. Rossier. Fede Valverde von Real. Dani Olmo aus Leipzig. Bernardo von Salzburg. Artem Juba von Zenit. Und dann sind wir wieder bei Mario Pasalic. Und somit am Ende von den fünf Sticker-Tüteln und diesem Multipack der UEFA Champions League 2021-22-Sticker angekommen. Alles, was ihr zum Multipack und den gesehenen Stickern noch loswerden möchtet, das könnt ihr jetzt unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da auf euer Feedback, genauso wie über ein Däumchen nach oben für dieses Video. Drückt also jetzt nochmal auf den Like-Button, wenn ihr da bisher noch nicht dran gedacht habt. Und wer weitere Videos zu dieser aber auch anderen Sticker- und Trading-Card-Kollektion nicht verpassen will, sichert sich jetzt noch eins der kostenlosen Kanalabos. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.